Hallöchen ihr Lieben, heute wird Monty den Gewinner der Osteraktion heraussuchen. Dadurch, dass ich 198 Liker, Follower und Teiler hatte, konnte ich quasi drei Zahlen haben, also von 1 bis 10 jeweils und habe dafür mir gedacht, dass der Monty jetzt den Gewinner aussuchen wird, indem er aus drei Haufen A10 Röhren jeweils eine Nummer zieht. Das sieht dann so aus. Ich habe einmal rot gemacht, da stehen die Zahlen drauf. Gelb steht für die zweite Zahl und türkis für die dritte Zahl. Der Monty darf jetzt hingehen zu dem roten Haufen und sich mit Freude draufstürzen und das erste, was er rausnimmt, ist dann der erste Zug. Dann geht es ans gelben, dann ist es der zweite Zug und so auch an den blauen. Und das ist dann die Zahl 1, 2 und 3. Und da gucken wir mal, was dabei rauskommt. Monty, guck mal. Nein, da. Such. Such. Prima. Gepipp. Die erste Zahl ist eine 2. Das. Und das ist also eine 2. Bis zum nächsten Mal. Oder ist es noch ein paar raz vaig sagen?